Hallo alle, Entschuldigung, dass wir ein bisschen verspätet sind, kurze technische Fehlern, ob ihr das live schaut oder nicht, ganz okay, hoffentlich siehst du das danach. So, wir gehen heute am Safari, Entschuldigung wieder, wir brauchen gar nichts, okay, wir folgen viele Tiere heute, viele, viele Tiere und was funktioniert und was passiert heute, du musst einen Hut haben, ich hoffe ihr habt alle eure Hut für unser Safari, okay, und wir gehen zu meiner Heimat, nach Südafrika, so, in Südafrika, wir gehen ein bisschen laufen in das Wildnis und dann danach, wir machen ein paar, ein bisschen Fahrradfahren, wir machen ein bisschen unterschiedlich von alles, okay, so, am Anfang, wir müssen ins Auto steigen, so hoch, rein, beuge die Knie, alles so, Hände so, Knie sind gebeugt und jetzt wackeln wir ein bisschen, wir sind in einem alten, alten Automobil, so alt. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter mit den Knie, gut, und jetzt wackeln wieder. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Stopp. Aussteigen. Und jetzt laufen wir. Gut. Gut. Wir sind in dem Wildernis. Okay. Außen. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Da sind viele Tiere draußen. So ganz gemütlich laufen wir. Stopp. Siehst du es? Einen kleinen Springbock. Weißt ihr, was ein Springbock ist? Es sind super schöne Farben. Gold, braun, weiß, bisschen schwarz mit schönen, keine Ahnung, Horns. Gut. Aber wie springt ein Springbock? Die Hände sind so und so. So wir springen die Springbocken jetzt. Hoch, seitlich, springen, springen, springen. Gut. Auf geht's, seitlich, springen. Super. Spring, springen, 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 springen. Super, weiter so. Spring, springen, springen, springen und wieder laufen. Gut. Ich springe, das würde wiederkommen heute. Super. Schau mal um. Riecht das in Luft. Das ist wie Afrikas Erde. Das ist was ganz unterschiedlich. Gut. Fühl mich daheim. Und die Springbocken sind wieder da und so. Wir springen. Springen. Gut. Gut. Springen. Super. 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 Immer die Hände runter. Gut. Gut. Super. 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 Und wieder laufen. Laufen. Die Springbocken kann springen. Super. Laufen immer weiter. Knie ein bisschen hoch. Super. Gut. Gut. Stopp. Was Neues gesehen? Eine afrikanische Wildschwein. Die ist ein bisschen dicker. Mit große Zähne. Wie die deutsche Wildschwein. Weißt du, wie sie läuft? Auf die Zehenspitze. Und du laufst so. So schnell wie möglich. Immer rumschauen, bitte. Gut. Und du machst. Gut. Bisschen laufen. Mein Hut geht weg jetzt. Super. Bisschen. Wunderbar. Links und rechts schauen. Gut. 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 Und stopp. Wieder normales Laufen. So viele Tiere hier draußen. Was würden wir denn machen? Und wieder, wieder Wildschwein. Der afrikanische Wildschwein. Super. Super. Gut. Auf die Zehenspitze. Und jetzt machst du so schnell wie möglich. Gut. Zehenspitze. Geh. Schnell. 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 Gut. Gut. Und normales Laufen. Wunderbar. Links und rechts. Super. Gut. Links und rechts. Super. Gut. Immer ein kleines Schlück Wasser. Kleines Schlück Wasser. Gut. Tiefer ins Wildnis. Tiefer. Stopp. Weißt du, was ich sehe? Eine kleine Meerkatze. Kennt ihr die Meerkatze? Sie sieht immer so. Du siehst sie nicht. Dann stehen sie ganz schnell hoch. Und wieder runter. Schnell hoch. Und wieder runter. Gut. Schnell hoch. Und wieder runter. Schnell hoch. Und wieder runter. Weißt du, warum sie so immer hoch und runter kommt? weil sie wollte nicht gegessen. Sie würde die andere Tiere, sie muss dann aufpassen. Kurs, die Sekurität. Wechseln wir die Beine zum Hochkommen. Hoch und runter. Hoch Schau mal. Runter. Kommt keiner. Gut. Hoch und runter. Gut. Hoch und runter. Super. Hoch und runter. Hoch und da bleiben. Wieder laufen. Durch der tiefe Wildnis gehen wir gut. Muss ein bisschen größere Schritte nehmen. Super. Gut. Stopp. Kannst es nicht glauben. Ich sehe eine Giraffe. Siehst du? Die Giraffe wollte essen. So, wir müssen wie Giraffe sein. Aber wir gehen nicht auf die Zehenspitze, sondern wir wollten die hochste Blätter anbekommen. Die, was so wunderschön schmeckt. So, wir mussten wir die Hände hoch und springen. Spring und wieder runter. Und spring und wieder runter. Gut. Spring. Hol die Blätter. Gut. Spring. Spring. Super. Spring. Spring. Hol die Blätter. Jetzt mit die Hände. Hol die Blätter. Hol die Blätter. Hol die Blätter. Super. Hol die Blätter. Hol die Blätter. Hol die Blätter. Gut. Wir sind gleich da. Hol die Blätter. Wir sind gleich voll. Hol die Blätter. und letztes Hullbetter wieder laufen wow der Giraffe hat Hunger gehabt zu viel Hunger gehabt wow kannst du es glauben was würden wir noch sehen auf unserer Safari hier oh der Auto kommt wieder okay Tür offen einsteigen sitzen jetzt gehen wir noch hoch und runter hoch und runter beuge die Knie weiter wir gehen schneller schneller gut und wir halten unten weiter gehen runter den Berg gut und wieder hoch und runter gut super hoch und runter hoch und runter gut und jetzt halten wieder wackeln weil der Straße hat so viele Steine gut halten und wieder hoch und runter gut aussteigen raus raus und wieder laufen das war ein bisschen Pause war ganz schön schön stopp nein ein von meinen Lieblingstieren könnt ihr raten was das ist oder raten was ist das du hast eine große Nase und er macht so du hast recht wir sind Olefanten so wir laufen wie Olefanten nach vorne mit dem Hände weiter durch gut und wechsel die Arme nach vorne hoch und mach sicher dass die da bleibt laufen gut 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 und der Olefant ist vorbei super bisschen laufen weiter nach vorne gut immer noch weiter super und stopp weißt du was wir hatten hier der schnellste Tier wer das wählt dem stamm eine Katze sie ist so schnell wir müssen so schnell wie möglich laufen ok sind wir alle bereit dann machen wir nur sprinten weil er kann uns fängeln seid ihr alle bereit 3 2 1 so schnell wie möglich laufen auf den Platz so schnell wie möglich geh schnell wie möglich los wo der Cheater kommt da und stopp der Cheater ist noch da wir müssen zweimal noch lauten der Cheater kommt sch sch still ich höre ihn im Gras 3 2 1 los so schnell wie möglich alle laufen weg von den Cheater laufen nein du kannst mir nicht essen wer soll stopp halten der Cheater kommt letztes Stück du musst weg von den Cheater laufen jetzt so schnell wie du kannst so schnell wie du kannst und 3 2 1 los auf geht's Knie hoch benutze die Armen los super ah komm mal auf geht's super weiter so und laufen bisschen Wasser gut super bisschen Wasser wir sind gleich dabei und so viele Tiere gesehen kannst du nicht glauben wow gut immer noch laufen was stopp was ist das eine Löwe das heißt wir müssen wie eine Löwe sein so wir gehen auf alle 4 und wir laufen nach vorne und rum in einem Kreis gut und schau mal nach oben laufen laufen nach vorne der König der wilden ist König der Afrika laufen 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 guck nach vorne laufen wer gibt mir ein Rohr der größte wie du kannst noch laufen noch mehr gut sind gleich da und die letzte ganz langsam hoch gut der Löwe hat gedacht wir sind eigentlich auch Löwe ein bisschen laufen ein bisschen laufen gut gut wir sind gleichwertig sind gleichwertig und weißt du was wir Letzten sind ein von der kleinsten Tiere der Welt wir sind wie wie heißt Chameleon es gibt 100.000 aber das eine nachher das so still steht kannst du ja nicht sehen so wir gehen alle auf die Hände und die Zehenspitze und wir bewegen uns nicht behalten nur bleiben 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 und nach dem Chameleon der Löwe kommt gleich so wir gehen in der Löwe gut wieder laufen wir gehen in der Löwe wieder noch weiter mit dem Löwen gut und hoch normales laufen super super weiter er kommt gleich sind gleich da super drei zwei eins wieder normales gut wer kommt nach den Cheetah da kommt der Elefant weiter rumlaufen wieder ein Elefant Hände wechseln gut gut normales laufen gut der Giraffe hat Hunger wieder der Giraffe hat Hunger wieder so wir springen zurück springen zurück springen zurück springen zurück springen zurück super springen zurück springen zurück und laufen wieder was hat danach gekommen kannst du es glauben der afrikaner Wildschwein auf die Zehenspitze laufen auf die Zehenspitze laufen gut wieder auf die Zehenspitze ein bisschen schneller super gut und normales laufen gut noch letzte Tier ein von meinen Lieblingstieren Springbock so du gehst links und rechts springen springen gut 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 springen yes yes und normales laufen wieder da kommt der Auto mach die Tür offen steig rein und hoch runter hoch runter hoch runter gut gut bisschen schneller und auf Wiedersehen alle was für eine Reise wir sehen uns am Mittwoch um 5 Uhr an uns.